Wir sind hier angekommen, haben das Haus gesehen, es war alles sehr dunkel. Die Decken und die Wände waren braun verkleidet. Und ich habe mir vorgestellt, wenn die Decken und Wände weiß sind und ein neuer Boden drin ist, ist das Haus ganz anders da. Doch schnell wird das anfängliche Traumhaus zum Albtraum. Während der Sanierungsarbeiten kommt es zum Fusch am Bau und das bei fast allen Gewerken. Der Extremfall, der weiße Anstrich, wird mit der falschen Farbe aufgetragen. Die Folge, innerhalb weniger Tage verfärbt sich das Weiß zu Gelb. Außerdem wird unsauber gearbeitet, Lacknasen und übersprühte Insekten, Farbe, wo sie nicht hingehört und zugeklebte Fenster setzen den Baupfusch über ein Jahr lang fort. Wir hatten einen Schreiner engagiert, der uns auch die Küche geliefert hat, wo er dann wieder mitgenommen hat. Der hat uns hier komplett die ganze Wand rausgerissen, diese Wand und diese Wand. Und wir haben eigentlich nur ein Bücherregal für 1300 Euro lackiert bestellt. Danach ist er gekommen und hat die Wand wieder aufgebaut und für den Quadratmeter 400 Euro verlangt. Sechs Monate später hat sich im Haus wenig getan. Noch immer sind die Spuren des Baupfuschs deutlich sichtbar und gehen weiter. Zwischenzeitlich getan hat sich einfach, dass manche Handwerker da waren, auch ihre Dinge nachgearbeitet haben, wo wir weitergekommen sind. Bei manchen sind wir jetzt beim Fachanwalt gelandet, weil wir einfach nicht alleine weiter uns zu helfen wussten. Sind auch froh darüber, dass wir jetzt einen Fachanwalt mit in der Hand haben, wo uns hier tatkräftig unterstützt. Und aber auch uns jetzt hier soweit unterstützt, dass wir neue Mängel, wo wir jetzt die ganze Zeit versucht haben, im Guten zu lösen, leider auch nicht weitergekommen sind. Auch der Einbau der neuen Heizanlage verläuft nicht reibungslos. Über 30 Grad im Heizkeller, dafür keine Wärme in den Wohnräumen. Der Grund? Ein falsch eingestellter Rücklauf. Hier sind wir leider im Februar mit der neuen Abrechnung für unser Wohnhaus ziemlich erschrocken. Und zwar haben wir hier einen Verbrauch von 200.000 Kilowattstunden. Das heißt, wir haben eine Gasrechnung von weit über 11.000 Euro. Zum Vergleich, in ihrem alten Haus mit gleicher Größe hatte die fünfköpfige Familie einen Verbrauch von rund 31.000 Kilowattstunden. Da die Heindels zu Sanierungsbeginn zwischen Karlsruhe und dem Schwarzwald pendeln mussten, konnten sie die Arbeiten nicht regelmäßig überwachen. Blindes Vertrauen hat dazu geführt, dass die Familie seit über einem Jahr kämpfen und für ihr Traumhaus teuer bezahlen muss. Weil die Heindels mittlerweile aber nicht mehr jede Rechnung sofort bezahlen, werden die Arbeiten auch nicht fortgesetzt. Dabei sollte kein Hausbesitzer bis zur endgültigen Abnahme zahlen. Dazu raten auch Anwälte. Bis zur Abnahme trägt der Unternehmer die Darlegungs- und Beweislast für die Mangelfreiheit des Werkes. Und danach, wenn es ein mangelhaftes Werk sein sollte, hat der Bauherr die Möglichkeit, die Mängel vom Unternehmer beseitigen zu lassen oder sogar eine Neuherstellung zu fordern. Des Weiteren hat er ein Zurückbehaltungsrecht des Werklohns. Und zwar kann er bis zum Dreifachen des Mangelwerts einbehalten. Auch bei Familie Heindel soll es jetzt ein Anwalt richten, damit der Albtraum endlich vorbei und das Traumhaus irgendwann fertig ist.